Hallo meine Lieben und Willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin in der letzten Folge hier in mein Camp gereist oder zu meinem Camp gereist. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich ja heute mal diese Quest hier abgeben. Ähm, ich weiß nicht, ist das so eine tägliche Sache? Äh. Ähm. Gute Frage. Nächste Frage. Oder ist es... Ach, hier. Genau. Denn der Gute ist ja hier in meinem Camp. Der nervt mich vielleicht manchmal ab hier. Ja, setz dich mal auf deinen Stuhl. Guter Mann. So. Dann interagieren wir mal. Ignoriert 50% der Rüstung. Was? Ein G-Stock? Euer Ernst jetzt? Ignoriert 50% der Rüstung deines Seals. Du brauchst keinen Arzt. Nur bessere Schuhe. Okay. Stimpfack, Fusionszellen, Blähfliegen, Hackbraten. Oh, ein Rezept. Ich habe ein Rezept. Einen Moment, das muss ich gleich mal checken. Ich habe euch vor den Kommunisten gewarnt. Ein Rezept, das ist doch auch gut. PQR, wo ist denn hier mein Rezept? Habe ich das jetzt schon gelernt oder was? Ach, das kenne ich schon. Ach, Manu. Nur weil die Welt im Dreck verwindet. Dankeschön. Musst du es ihr nicht gleich tun. Kann ich mal bitte? Danke. Ich hänge in meinem eigenen Camp fest. Unfassbar. Das werde ich jetzt mal ganz schnell noch hier reinpacken. Und dann, meine Lieben, gehen wir zur Aufseherin. Ach so, wartet mal. Äh, Notizen. Rein mit dir. Waffen. Waffen. Ähm, genau. Dann mal schauen, wie wir das haben, das Ganze. Da ist es. Okay. Steht zum Verkauf. Alles klar. So, dann. Auf zur Seefahr- Äh, Seefahrerin sei schon. Der war gut. Zur Aufseherin. Ähm, die ist hier unten. Ach so, nein. Ich muss ja... Na, dahin. Acht Kronkorken. Ich hab's ja. So, da oben wohnt die Gute. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, was die... Black Anupia. Hi, ich bin nett. Ich bin ganz nett. Ich winke mal. Hallo. Haha. Hat zurückgewunken. So, da sitzt sie. Wie lief's bei den Siedlern? Gut. Wir sind doch sicher misstrauisch gegenüber Fremden. Wollen sie unsere Hilfe annehmen? Sie sind einverstanden. Wir brauchen nur den Impfstoff. Sie meinen, ob ich Marotzer überzeugt habe, von meiner harten Arbeit zu profitieren? Ja, erledigt. Ja, alles lief nach Vorschrift. So, wie Voltek es gewollt hätte. Ich nehme das Erste. Sie sind einverstanden. Wir brauchen nur den Impfstoff. Gut, ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Ich hab nachgedacht, wo wir den Impfstoff herstellen können. Ein paar unserer Optionen sind schmutzig. Aber wenn man sich überlegt, wer wohl eine speziell abgemischte Flüssigkeit in einer sterilen Packung herstellen könnte, wird es offensichtlich. Ich, oder? Was meinst du damit? Wer ist das? Und schon wieder drängen sie allen die Lösung auf. Intelligenz 4+, Einnehmensmittel und Getränkehersteller wie Nuka-Cola oder Wahrnehmung 4+, speziell abgemischte. Das kommt mir so bekannt vor. Ich nehme Wahrnehmung 4+, speziell abgemischt. Das kommt mir so bekannt vor. Schon mal eine Nuka-Cola-Werbung gehört? Mhm. Es gibt eine Fabrik, direkt hier in Appalachia. Dort können wir den Impfstoff als Schluckimpfung herstellen. Okay. Treffen wir uns dort? Ach was, du kommst mit? Äh, du kannst ruhig hier deinen... ...deinen Projektor weiter betrachten. Da sind alle wichtigen Sachen drauf, hä? Krass. Ach, da war ich auch noch nicht. Achtung, meine Güte. Gut, okay. Nuka-Cola, das war doch hier oben irgendwo, oder? Nee, hier unten. Da. Aha. Sprich mit Sweetwater, ist wieder eine Quest da. Okay. Ach je, ach je. Na gut. Okay. Ich wollte aber ja heute mit euch unter anderem auch nach Magis letzten bekannten Aufenthalts nach Hinweisen suchen. Und von wo gehe ich am besten? Okay. Hier müsste ich ja dann wieder Berge hochlaufen. Das wäre doof. Dann mache ich das von hier. 24 Kronkorken? Ihr seid doch verrückt. Also nicht ihr seid verrückt, sondern die Entwickler. Ups. Wartet mal. Ich müsste genau darunter. Ach, das war ja... Ja, hier war ja nichts Schlimmes. Stimmt ja. Hallo. Bauprotektron. Ich müsste eigentlich... Hier lang. App. Moment mal ganz kurz, meine Lieben. So, wo sind jetzt hier die Schienen? Ich sehe hier keine. Ach da. Da sind sie ja. Die Guten. Jetzt laufe ich bestimmt wieder in die falsche Richtung, oder? Ne, wartet. Ich muss hier lang. Wetten, ich muss in die andere Richtung? Nein, ich bin ja mal gut. Ich bin ja sowas von gut. So, ich bin auch richtig gut genährt. Hoffe ich. Du bist tot. Das war ein Wächter. Achtung, meine Güte. Ich habe einen Wächter getötet. Nein, ich bleibe auf den Schienen. Komm, nur nicht auf die blöde Idee, vor den Schienen wegzugehen, Phantasians. Das wäre nicht gut. Oh, was ist denn da oben? Da. Eine Brücke. Eine Brücke, eine rote Brücke. Jetzt laufe ich echt bis zum Ende der Karte, oder was? Ach, ich komme da jetzt hin. Das ist ja mal cool. Die Brücke. Und hier ist es so schön ruhig. Was? Geigen? Ich habe es jetzt nicht gelesen. Was ist mit Geigen? Gibt es hier noch eine davon? Ja, hier unten, ne? Ne. Red wäre. Okay. Hier, ach, hier ist ein Trader. Kann ich die auch sammeln? Glutblüter. Krass. Strahlenwurz. Ist das eine gute Idee, jetzt hier lang zu laufen? Naja, ich muss da lang. Achso, man hatte mir sogar geraten. Huch, falsch. Man hatte mir geraten, hier erstmal nicht reinzugehen. Ich hoffe, das ist dieses Bergwerk, von dem die Rede war. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich wollte es ja sowieso nicht machen. Ich will ja hier oben hin. Von da sind es gerade nach. Ich habe meine Ausputzer jetzt, ne? Das ist die Ausputzer, die ich habe. Oh mein Gott. Wo laufe ich denn am besten lang? Ohne getötet zu werden. Hier gehen auch Schienen lang? Ach, da geht es um Bergwerk. Ich verstehe. Nein, da will ich nicht hin. Nein, nein, nein. Hier ist es so verdammt ruhig. Was ist denn hier los? Hi, hängst du hier so rum? Schießpulver. Kann ich auch immer gut gebrauchen? Ist das die Brücke, die von Weitem so rot aussah? Wo ist denn die Farbe hin? Hier liegt überall Kohle. Guckt mal. Oh, da ist auch noch was zum Sammeln. Ich nehme das einfach mal mit, weil ich kenne die Pflanzen hier noch gar nicht. Bombenbeere. Okay. Okay. Okay, das war jetzt nur eine Wall. Okay. Hier ist es ganz schön windig hier oben. Sind da Öffnungen? Nee. Da ist doch gar... Ach, das ist gar keine Brücke. Das war mal eine. Die ist aber geschlossen. Ach, ich war heute, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, mal so in diversen Camps, um nach Bauplänen zu gucken. Und da habe ich den Bauplan für den Ausputzer entdeckt und derjenige wollte 15.555 Kronenkorken. War das gut, der Preis? Also ich meine, ich konnte sie mir sowieso nicht leisten, denn ich habe ja nur 14.000 und. Aber wäre der Preis gut gewesen? Würde mich mal interessieren. Guck mal. Achso, das ist eine Schere? So, das nehme ich mal mit zum Verwerten. So, ich genieße gerade die Stille, aber... Sobald ich meinen Gedanken zu Ende führe, glaube ich... Gut, habe ich ein Problem. Ähm, wir sind gleich da. Zumindest am Bahnhof. Das wäre cool, wenn ich die noch entdecken würde. Komm, das nehme ich alles mit. Ich mag gelbe Blühen. Ich höre wieder hier so ein Verbrannten oder sowas mit diesem Rucksack auf dem Rücken. Ich würde so gerne speichern. Der ist irgendwo hier. Irgendwo ist er hier. Und will mir das Leben bestimmt zur Hölle machen. Und hier ist der Bahnhof, oder? Ja, ich glaube, hier ist der Bahnhof. Oh, da ist eine Truhe. Ist da ein Abwurf? Wartet mal, da will ich schnell hin. Und starb auf dem Weg dorthin. Aber die sehe ich auch so selten mittlerweile. Abscheuliche Zecke krank. Äh, ja, das sieht wirklich abscheulich aus. Yay! Ja, ja, die Ausbeute war jetzt nicht so toll. Aber ich will ja nicht meckern, ne? Das war jetzt für mich ja alles kostenlos. Ich höre... Oh nein. Da ist er! Komm her! Ich weiß, ich brauche deinen Rucksack nicht, aber egal. Ich will nur, dass es Piepen aufhört. Silo Alpha sowieso. Dankeschön, verbrannter Offizier. Oh, da liegt ja auch was. Da liegt auch ein Verbrannter. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Ich muss doch hier nicht etwa außen rumlaufen. Äh. Alt-Possum. Wie, es piept immer noch? Läuft hier noch einer rum? Ja, und du wolltest Ski laufen, oder? Meine Güte, hier liegt ja was rum. Lässiges Outfit. Und das schwebt im Korb. Okay. Gehe ich erst mal hier reingucken. Der Koffer ist leer. Irgendwie hänge ich. Ach du meine Güte. Waren hier nicht... Ist hier nicht auch Plastik drin, oder so? Gibt es hier vielleicht einen Bauplan für mich, oder so? Oder ein Rezept, was ich noch nicht habe? Hum. Kann ich verkaufen? Achso, ne, von da bin ich ja gekommen. Okidoki, dann gehen wir mal rein. Gott, hier sieht es aus. Was sind das? Achso, Sonnenstrahlung? Aha. Gemüse allerlei. So, so. Plastikschale nehme ich auch mal. Der Sack ist leer. Was? Groß-Wolz-Fleisch. Was ist denn hier? Munitionsautomat. Dieser Legitäre. Wechsel. Junge, Junge, ist hier was los. Ein Schädel. Und ein Bett. Ja, ich bin überladen. Okay. Also, die sind schon echt merkwürdig, oder? Die Raider. Ich weiß ja auch nicht. Ach, hier geht's noch nach oben. Na gut. Huch, hier blitzt es. So, jetzt werde ich erstmal die Sachen verwerten. Okay. Dann einmal rein hier. So. Jetzt wollte ich gucken, was du so hast, mein Guter. Ähm, Bauplan. Okay, das brauche ich nicht unbedingt. Noch nicht jedenfalls. Ich will natürlich alle haben, die es gibt hier. Kaffee-Tische, Fallensteller-Rüstung. Ach ja, genau. Ich suche Baupläne für die Marine-Rüstung. Ich habe jetzt nur ein Brustteil. Gibt es noch irgendwo welche zu kaufen bei irgendeinem Händler? Kann mir das jemand verraten vielleicht? Denn ich habe bisher noch nichts gefunden. Ah, der hat aber auch viele Baupläne, Infosachen. Jagdgewehre. Den ganzen Verschlüssel und so weiter. Kampflinten. Kampfgewehre. Kreuzschlüssel. Lange Unterhose. Ja, das sollte ich vielleicht mal kaufen, wenn mir kalt wird. Lasergeschütz. Nachtsicht. Kurzzeichen. Zielfernrohr oder so nehme ich an. Aber ich habe ja keine Geschütze im Grunde. Maschinenpistole. Gehärteter Verschluss. Bauplan Metallset. Habe ich das immer noch nicht? Ich hätte schwanken, ich habe das schon. Kannst du mal bitte weggehen? Ich sehe nichts mehr. Metallende. Sicherheitstüren. Ah, okay. Dann kriegst du alles für das Metallset. Metallrüstung. Minigun. Dreifacher Lauf. Motorbetriebene Tore. Okay. Raiderrüstung. Raiderrüstung. Raketenwerfer. Das sind aber alles nur diese Zusatzteile, aber nicht die eigentlichen Baupläne für den Raketenwerfer. Also für den Raketenwerfer an sich zum Beispiel. Revolver. Okay. Genau. Hier sind Baupenne Roboterrissen. Ach nee, es sind Roboterrissen. Aha. Nicht Marine. Selbstgefertigtes Gewehr. Bauplan Nachtsicht. Ist das selbstgefertigte Gewehr meine Handmade? Meine Handgemachte? Fragen über Fragen. Weil Elektrofusion fügt elektrischen Schaden hinzu. Okay. Große Menge Beton. Okay, jetzt. Ach, das, wartet mal, Kleidung. Der hat auch gar keine Marinerüstung. Hallo, ich mache mir jetzt hier den weiten Weg, ja, und kriege hier keinen Bauplan für eine Marinerüstung. Das ist ja so fies. Das ist so fies. Ich gucke lieber noch mal. Nö. Okay, dann... Habe ich was zu verkaufen? Plasma-Granaten. Ich sollte die mal benutzen. Hilfsmittel. Oh, das läuft bald ab hier, mein leuchtendes Steak. Das ist ja doof. Oldpossom. Overdrive. Psycho. Okay, gut, dann... Muss ich jetzt wo lang? Genau, in die andere Richtung. Aber Leute, ich sehe schon wieder, die Folge ist zu Ende. So, nimm mal deine Waffe weg, Fanny. Hier passiert dir doch nichts. So, M, T, drehen. Und jetzt wisst ihr, was kommt, ne? Ein Foto-Modus, ich sag's euch, ein Foto-Modus. Achso, hier ist der Bus. Verdammt. Ja, gut, ist ja nicht weiter schlimm. So, ein bisschen heller machen. Ich bin immer so dunkel. Das ist echt unglaublich. Achso. Sichtfeld. Hatte ich nicht noch irgendwo Sichtfeld? Ja, hier. Guck mal, da wird die Fanny ganz klein. Macht aber nichts. Gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes und auch natürlich für die ein oder anderen Abos. Leute, ich finde, ihr seid toll, ja? Leute, ich finde, ihr seid toll, ja? Ja, ich freu' ich freu' mich jedes Mal, wenn ich irgendetwas von irgendjemandem lese und bin sehr dankbar, dass ihr weiterhin meinen Kanal besucht und mein Let's Play schaut. Ich fand, das war mal wichtig zu sagen und damit sei erzählt. Ich fand, das war mal wichtig zu sagen und damit sei erzählt. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye-bye. Bye-bye.